Ja, hey, willkommen bei uns im Hetz. Es ist ja nur wirklich nicht so, dass wir hier Langeweile schieben und nicht wissen, wie wir den Tag rumkriegen sollen. Schließlich müssen wir den ziemlich faden deutschen Riding-Style mit unserer heißen Ware aus Portland von Icon ein bisschen auffrischen. Dann gibt es jede Menge Tagesgeschäft. Unsere Projektbikes, die Project X, und am Ende ja auch noch unsere eigenen Rennmotorräder, die wir hin und wieder gerne auch mal selber bewegen. Aber Fakt ist auch, wenn dich jemand wie die PS anruft und fragt, ob du dabei willst, einen echten Themenklassiker im Heft wiederzubeleben, da braucht man eigentlich echt nicht lange drüber nachdenken. Da gibt es nur eins zu tun und zwar, man lässt den extra starken Kaffee raus. Dann schaltet das Licht ein und nimmt die Nacht dazu. Stimmt's? Stimmt. Und da weder wir noch die PS gerne kleckern, sondern lieber klotzen, haben wir uns eine nagelneue, brandaktuelle CBR 1000 Doppel-Air direkt von Honda ins Haus geholt, die wir ausgiebig testen werden. So ist es. Motorrad ist da, jede Menge cooles Material ist da. Wir legen jetzt mal los, verbauen den ganzen heißen Stuff, gucken was am besten rockt und damit geht es dann raus in die ganz schnelle Runde. Ihr bleibt dran und wir halten euch auf dem Laufenden. Bis später.